Da geht's weiter! Wuhuuu! Lustig, dass wir das immer am Anfang eines Teils machen. Ja genau, das wird unser Markenzeichen, unser neues. So, wir sind jetzt wieder an der Stelle hier, wo wir mal wieder was aktivieren müssen und dabei eine ganze Gegner-Auto kommt. Ja, wo das erstes so schön aussah. Und dann kam der Schlitzer. Ja, ich mach mal, ja? Ja, ja, mach du mal. Also zuerst fallen da welche runter, das weiß ich nicht. Ja, genau. Da haben wir auch direkt schon ein paar Minen gelegt. Ja, sehr gut. Pass auf, nehmen die Stande. Ist schon ein großes Feuerwerk hier. Ja. Am besten müssen wir die Minen direkt immer nachrüsten, wenn wir sehen, dass eine weg ist. Ja, ich hab schon alle verbraucht. Ja, ich hab noch zwei. Aber ich muss mal auf die Granaten wechseln, sonst geht das hier nicht gut. Also dann kommt hier erstmal gar nichts. Wir machen das Motto, ja... Wiegen wir euch mal in Sicherheit. Ja, und dann auf einmal kommt der Schlitzer. Ja. Aber wenn der Schlitzer kommt, nehme ich meine... Schlitz für Dreck wie mit allem. Wenn der Schlitzer kommt, nehme ich meine Klingenkanone. Hau ich den weg. Ich nehme meine Schrotflinte. Okay, warte mal. Da... Ich lege mal direkt... Ich lege mal direkt hier so zwischen uns eine Mine. Ja. Sehr gute Idee. Okay. So. Wo bleibt ihr? Wo bleibt ihr? Vor allen Dingen, wo bleibt der Schlitzer? Ja. Vielleicht müssen wir die auch wieder... Die Stamfe, die kriegen wir jetzt mittlerweile ja ganz gut hin, ne? Ja, und die schlunt sowieso. Vielleicht müssen wir die erst wieder herlocken. Ja, war klar. Geht weg. Ja, da kommen wieder ein paar. Aber für so ein paar... Keine Mine verschwenden. Toll. Ist wieder einer ausgelöst. Bist du noch da? Ja, ich warte nur gerade bis dieser blöde Schlitzer kommt. So. Da ich dich jetzt auch nicht mehr atmen höre, weiß ich nie genau, ob du noch da bist oder nicht. Ich befürchte, der Schlitzer kommt... Weiß das Problem ist, wenn man auf sie wartet, dann kommen sie erst recht nicht. Naja, stimmt. Erst ist ja der Fetty. Stimmt. Ach scheiße, ich hab jetzt auf dich geguckt. Mist, jetzt musst du's alleine schaffen. Ja, da ist er. Da ist der Schlitzer. Und ich muss die Waffen wieder wechseln, denn das geht immer so schlecht. Boah. Kack ab, ey. Boah, stirb doch. Boah, nein. Ich hab die zwei Stammpfeile, da musst du dran denken. Naja. Ich hab so wenig Energie leider. Boah, scheiße. Nein. Fuck. Oh, das sah so gut aus diesmal. Also, eigentlich nicht besser als letztes Mal, aber man kann's ja mal sagen. Eben. Das ist so kacke mit dem Waffenwechsel, ey. Das ist so umständlich. Ja, das ist viel zu umständlich. Schade, dass das nicht wie bei der Wii... Oder, ne, bei der Wii ist das nicht, ne? Beim DS, dass man dann mal so sagen kann, Waffen wechseln! Waffen wechseln! Waffen wechseln! Ja, genau. Ist halt viel schöner. Boah, Springer, stirb doch mal. Ich find, Stampfer passt viel besser zu dem. Ich nenn ihn jetzt Stampfer. Ich nenn sie Springer. Nur um dir zu widersprechen. Ja. Das passt zu dir. Ich weiß. Wäre schön, wenn wir hier durchlaufen könnten. Man müsste... Oder so ein Checkpoint dazwischen wäre nicht schlecht gewesen, ne? Ja, aber... So nett ist das Spiel dann doch nicht. Ne, ist auch ziemlich mies wieder geworden. Ja. Ich wette, diese Schockanone könnten uns jetzt voll gute Dienste leisten, aber... Ich glaub auch. Das ist meistens so. Jetzt hätte ich Geld dafür, aber... Man kann ja leider nicht mehr zurück. Was ich ehrlich gesagt auch ein bisschen fragwürdig finde. Was? Dass man nicht mehr zu einem Checkpoint zurück kann. Ja, ich auch. Allerdings macht das auch... Das ist auch ein bisschen nervig, muss man auch ehrlich sagen. Ja. Achja, jetzt kommt ihr ja erstmal wieder. Ah, ich vergesse... Ich vergesse immer die Reihenfolge der Gegner-Typen. Ja, ich auch. Ja, genau. So, geht drauf. Warte, lauf dich so schnell. Ich komm nicht hinterher. Aber dass das auch kein Checkpoint ist, das sieht aus wie einer, ne? Ja. Das ist richtig fies. Naja, was soll's. Ich bin schon wieder fast tot. Ja, da liegt ein Medipack. Ich bin schon wieder fast tot. Das ist alles so. Oh, das ist gut. Oh, das ist alles so. Ich bin schon wieder fast tot. Okay, hier sind wir wieder. Linie bauen weiße der Werder kommt ja auch der Schlitzer durch ja glaube der kommt von hier ich lege mal hier eine wir machen auch so eine Verteidigungslinie also ich hätte noch zwei du auch ja ab wie die Welt ja vielen Dank hat er was gebracht Prozent war ich mache noch hier vor die Kanäle ist doof ich mache noch hier eine wer kommt muss ich irgendwie versuchen auf den Granatwerfer zu wechseln ja und wenn das so einfach wäre weißt du das wäre auch eigentlich einfacher wenn die nur den Schlitzer dann schicken würden weißt du nicht noch 50 andere Gegner ja okay willst du okay aber es ist auch so unlogisch weißt du der Aufzug ist schon längs unten und was ist wir können den nicht benutzen ja natürlich nicht weil ist ja klar auch heute Aufzüge die werden ja auch nur dadurch aktiviert wenn man genügend Zombies abschlachtet ja da gibt es extra so Organisationen für die das machen ja die die Erbs-Zombie-Abschlachten-AG die ja EPSA-AG man kennt sie man liebt sie scheiße ich habe außerdem die Alarbeanlage ausgelöst das egal darauf reagiert der Schlitzer zum Beispiel sowieso nicht ja leider okay ich glaube wir müssen ich glaube wir müssen mal wieder ein paar anlocken hohen uhu oh ok 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 ich habe gerade irgendwas erwischt weißt du wir sollten noch gleich eine Miene legen wenn wir Zeit dazu haben wenn wir Zeit dazu haben ja da kommt jetzt eh gleich erstmal wieder gleich der fette explodierende ja da ist er auch schon und er ist kaputt sehr gut wie das hier abgeht da Schlitzer oh nein ja sauber ok ok jetzt müssen wir noch die beiden Stammfahrer erledigen ja hast du noch eine Miene äh ja soll ich die hier hinlegen welchen bleiben wir denn wirfst die da hin wo wir dann noch stehen bleiben au scheiße bitte gib jetzt nicht den Geist auf Patrick ich versuch's oh pass auf ich würde sagen da läuft einer in die Miene und wir stehen drin oh Mist ich weiß nicht ob das so gut ist dass wir hier hinten stehen ich glaube nicht scheiße nein 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 ach ist das ätzend und den Einspring hat es zerlegt ey ja aber den anderen nicht ne wir werden auch schon zu Zombies ey ja ich würde am liebsten einfach nur durchlaufen weil mir geht das hier gerade echt doch ein bisschen abwerfen ja das würde vielleicht Sinn machen wenn wir da hinten ein Checkpoint hätten ja aber so folgen uns die Zombies dann bis dahin ja bei mir lief's äh mal wieder sehr gut am Anfang ja aber da hinten liegen noch zwei Highbacks boah ich seh die hier so schlecht die Zombies ich glaub ich müsste mal die Gleichkeit höher stellen ja 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 aber schlägt mich hat uns übrigens auch jemand irgendjemand in den Kommentaren geschrieben wir könnten cheater und die Hälfte ja ich weiß das sollten wir doch mal machen mach ich aber nicht pff wieder nicht wieder ein richtiger Profi-Gamer hier die es nicht schaffen ein paar Zombies abzuschlachten ja und weil wir so richtige Profi-Gamer waren wollten wir ja auch mal versuchen die Schwierigkeitsgrade runter zu stellen ja ja bei uns ist einfach das Problem wir wollen den Leuten ja so viel wie möglich in kürzester Zeit zeigen und deswegen können wir das gar nicht auf so hohen Schwierigkeitsgraden spielen auch wenn wir eigentlich dafür prädestiniert wären aber vertrau mir die Leute sehen es ebenso gerne wenn man tausendmal failed und sich dabei zum Affen macht ja doch wenn man sich zum Affen macht dann ja ja du sagst wenn man sich schön aufregt dabei ja aber ich finde das immer sehr witzig ja manchen geht es allerdings auch auf den Keks wenn man sich dauernd aufregt echt? ja oder wenn man die ganze Zeit spricht ne ja geht natürlich auch gar nicht bei einem Let's Play können wir es wagen bei einem Let's Play zu reden nehm du du hast weniger dem lieber außerdem halte ich dich für fehliger ja ich mich auch schön dass du sagst du dich auch weißt du wie viel Uhr es ist? ja 1836 oh dann hoffe ich doch mal dass wir es hier bald schaffen ich hoffe mal boah ja ist okay Leute da kam doch schon irgendwelche raus vermehren die sich da drin? wahrscheinlich guck mal die sind Auto gefahren ja hier oben liegt wieder ein Highpack wieso 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 das macht dich okay dann könnte man theoretisch doch durchlaufen aber ich weiß nicht ob man es heil bis dahin schafft ja das ist die Frage ne das funktioniert ich glaube eher ist es schlechter weil dann kommst du vielleicht hier an und hast aber fast keine Energie mehr okay wo tun wir die jetzt hin wieder so wie gerade die Verteidigungslinie hat eigentlich ganz gut geklappt ne ja das war ja nicht das Problem okay okay warte oh immer so einer ey äh ja sieht das gut aus? ja gut here we go here we go again bam rah Fun okay die ersten paar laufen schonmal rein das ist schonmal sehr sehr schön ah es ist natürlich schön wenn man so viele wie möglich abhalten können da vorne reinzulaufen ne ja damit die für die Dicken dann noch da sind wir müssen auch aufpassen dass wir nicht im Radius stehen wenn die in ne Mine laufen Ja Ich glaube, das hat mir eben so fast nämlich mein Leben gekostet. Ja, mir auch. Okay, mal nachladen. Da ich jetzt weiß, dass man nachladen kann, mache ich es die ganze Zeit. Ja, das fand ich jetzt auch, der Tipp war gar nicht so schlecht. Ja. Ich will ja jetzt nicht durchlaufen. Vor allem jetzt nicht. Ist das ein Medi-Pack dahin? Ja, ich meine, ich sehe auch da eins liegen. Oh, Fetty, lauf nicht in die... Okay. So, meine Damen und Herren. Vielleicht sollten wir, wenn es ein Medi-Pack ist, erstmal ignorieren, oder? Ja. Bin mir nicht sicher. Doch, das ist eins. Das ist 100% eins. Und die Zeit nähert sich wieder dem Ende. Das ist jetzt natürlich sehr schlecht. Sehr passender Moment. Geh kaputt. Zack, zack, zack. Ach, ich mag die Klinge-Karmonen. Die ist super. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Sauber. Ja. Das ging ja schnell diesmal. Boah, ich hasse die schnellen. Die sind so schnell. Ja. Hier kriegt er eine Mine. Äh, Granate, meine ich. Okay, aber wir müssen jetzt ernsthaft erstmal tschö sagen. Ja, bis gleich. Ja, ciao.